hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von fifa 15 karrieremodus mit dem bk hacken und mir somka das ist mein kanal somka tv ja machen wir hier weiter sei im letzten spiel haben wir ja auch wieder gewonnen und ja da würde ich sagen ich spiel mal weiter eine pause dazwischen war ja die länderspiele gerade sind so wir haben fünf neue nachrichten aktuelles ja bla 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 spieler ausgeriert okay alles klar aber schaffst du mal noch draußen und jetzt geht es gegen den kalmer ff wir bleiben mit der formation und aufstellung genau gleich wie vorher auch würde ich sagen ja hat bisher ja gut funktioniert drei siege in drei spielen ich denke ist gut gelaufen bis dahin auf jeden fall und let's go wir spielen daheim im townpark aber die aufstellung von uns weiterhin mit vorne mit der tragekette mohamed dovaldson und mac und da haben sie einen guten job davon gemacht und schon losgehen wieder immer am anfang hängt verstehe ich ehrlich gesagt so lange wie es nur läuft kann man sich drüber freuen wenn es dann wieder nicht geht dann war wieder genervt und angepasst und ich weiß darauf nicht klar hängt das hängt das sehr schnell klar nervt das hängen auf jeden fall das nervt extrem weil äh leckt ja glaube ich bei euch nicht aber bei mir leckt und irritiert einen auch total auf einmal ist der spiel aber ganz anders mit dem ball und muss ganz anders reagieren ja hier der erste freischuss für den kammer kalmer 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 der lauer war knapp ja der war knapp ich habe eigentlich gemeint er kommt nicht dran aber naja ja 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 falsch gedacht ja 1 0 für den kalmer ff das ist ja noch früh man kann ja noch man kann ja noch tore machen bis jetzt erst 10 jetzt läuft die elfte an Minute sind ja dann jetzt ist ja dann noch ein bisschen vorbei die neunzige Minute ist noch lang soll ja 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 es ist ja 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 es ist ja ich bin ja hast du oh mein gott oh mein gott anders und kommt jetzt das gibt das gibt das gibt das geht das oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was bekalt die regeln meine güte also bkhecken ist jetzt kopfballstark mit unbedingt aber das habe ich euch schon vorher gesagt keine mannschaft ist die übertrieben still hat kramer oder kramer ein scheiß jetzt kramer aber damit der kramer da wird damit ziel geschrieben und wir sind jetzt auch mit in deutschland das heißt könnte womöglich wirklich kramer hält ja bisher 1a hatten schon stoppen jawohl da hat er bisher alles gehalten was ihm in den weg kam das war ja auch jetzt schon drei vier schütze ja damit bravour gehalten kommt noch mal über außen stark von pekalzi pekalzi schön auf mark und er verliert den ball noch was doch nicht wahr und jetzt pack unter mark und er schickt dover zion aber der ist schade der hätte durchschlachten müssen dover zion dann hätte das genau funktioniert wo wirft er denn hin da habe ich noch gar nicht hingedrückt omg war zucker pass auf tjuf ja nicht der tjuf erikson auf tjuf tjuf über die außenbahn kommt da endersen noch mal hin nein rein flanke kalkus hatte und ab dover zion in der zekontor dover zion dover zion dover zion auf stadt zion dover zion oh mein gott dover zion dover zion dover zion im dover zion voller wird gefault also schei massa wett verkehrt Komm, Mohamed Mohamed Absatz, äh, Absatz, raus Gut unter Druck gesetzt Andersson Und jetzt Mohamed Mohamed, Mohamed Mohamed, Mohamed, Mohamed Mohamed Oh mein Gott Der Torwart hält doch alles Das ist unfassbar Der Torwart hält alles Hatte Mohamed so'n geil Dribbling nach innen gemacht Ball kommt Kramer tut das locker auf Die Schippe, ne, Mohamed Easy going, Alter Im allerhöchsten Niveau, ey Krass Kann schmal und neuer Mal eine Scheibe abschneiden Oder unser Keeper Oh Alter, ey Was ist denn los, ey Kreiß doch mal zusammen, Alter Psst Jo, geht weiter hier Boah, schöner Ball Und da muss einer stehen Und da steht wieder keiner War klar Und der verliert der Ball Nein Oh, doch, Moamed Verliert der Ball So Die Kalski Ja, und der Pfeift Der zur Pause, ey Ist ja nicht wahr Steht 1-0 für Kalma FF Und der Pfeift Die Kalski S.K.E.D. Liberation Magum Dall heißt das Java da Da wurde aber glaub ich auch anders geschiehen Magum Dall Der geschiehen... Oh 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 steht aus Junge O oh der schießt's hoch nein Die laufen viel zu f... viel zu in die falsche Richtung viel zu viel Was ist denn los? Ja, Kevin, komm runter, Alter. Kevin Akkukuma kriegt hier die gelbe Charakter? Okay, verdient. Muss man echt sagen. War ziemlich grobes Foul. Muss dauern nicht sein, aber ich kann die Verzweiflung schon verstehen. Kommt eh nicht an. Guck, war klar, war sowas von klar. Die Bälle da, die sind eigentlich 1 A. Aber bei einer Mannschaft, wo keine Struktur, also spielerische Struktur drin ist. Aber der funktioniert. Funktionieren so Bälle nicht, oder? Oh, und der hält da schon wieder. Der ist richtig krass. Der Kramer, der ist richtig krass. Und jetzt... Oh mein Gott! O-M-G! Wo schießt der denn hin? Oh mein Gott! Also den musst du machen, Alter. Ohne wenn und aber. Wollt zumindest aufs Tor bringen. Aber den dann neben Tod zu sammeln. Nach dem super Spölder. Der Kramer, Leute, der hält alles. Das ist der Hammer! Richtig krass! Richtig krass! Hallo! Drauf! 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 Neun Tor! Das wird viel zu optimistisch gespielt, ey! Die passen aber auch da hin, ey! Ja, und Schau verliert durch Nacht schon wieder den Ball, ey! Das ist doch nicht wahr! Ja! Ey, wie? Ne, ich sah das nicht. Ne, ich... Na, du hast ja auch zu tun mit der Mannschaft zu spielen. Mann, 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 Mann! Komm! Mach mir zu viel! Blödsinn da! Guckt da da den Spöller rein, komm! Oh mein Gott! Also... Ich hab ja gewusst, da der... Oh klar, ein Foul von unten! Natürlich! Ich hab nix anderes erwartet! Und wieder ein Foul! Natürlich! Chiri! Sag mal! Ich hab mal... Ich hab mal die, äh... Die, äh... Wie heißt das? Die... Pfeife in Gesicht schlagen, alter! Du behinderte Scheiß! Piep! Komm, machst du! Jawoll! Soweit schon! Das ist ja auch... Die, äh... Die, äh... Die, äh... Die, äh... Die, äh... Die, äh... Der, die, äh... Und dann... hat der irgendwas... und jetzt... Torvaldson, komm! Torvaldson! Jawoll, Alter! Jawoll! Doppelpack! Zwei Minuten Doppelpack von Torvaldson! Zack, Alter! 2-1! Perfekt! Wir haben lang, lang, lang gekämpft und haben nichts auf die Eile gekriegt. Jetzt macht der Torvaldson ein Kopfballtor Und dann direkt danach, im Umkehrschliff, beim Anpfiff, für die Passino Anpfiff Zack, mal der Ketscher 2-1! 2-1! Richtig krass, das hier! Jetzt schweb wir da! Boah, jetzt gehen aber ab, also jetzt! Jetzt will'n aber, jetzt will'n aber! Schade! Mal grad' auswechseln! Ja, Pookie, ja! Haben wir uns eigentlich für umsonst verpflichtet. Ich kann den nicht gebrauchen. Ich... Einfach zu... Ja! Ich sag mal wie das ist, einfach zu lahm! Mit Philipp Lahm! Spielerisch, laufmählich zu lahm! Ey! Voll lahm, Alter! Oh, jo! Ja, klar! Er rennt doch in mich rein, ey! Das ist doch nicht wahr! Kann mir doch keinen erzählen, ey! Gibt doch gleich Schrot für so'ne scheiße Schere! Oh mein Gott! Und drauf! Drauf! Stark! Mohamed! Mohamed! Markundel! Markundel! Oh mein Gott! Er kann mal so viel Chancen verhauen! Wie geht das, Alter? Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Kann nicht sein, dass er so viel Chancen verhaut, ey! Also allgemein die Mannschaft, ey! Ja, Schiko! Da pfeifst du nicht, gell! Alter! Fick dich! Witz, ey! Oder bei sowas, gell! Da pfeifst du nicht! Na klar! Der Torwart da, ey! Das ist... Weiß ich nicht! Der Torifär, äh! Ich werde schon mal gucken, was der kostet! Kann man die direkt verpflichten! Der Spick 1A, ey! Der hat von, ich glaube, 10 Torschiffen hat den 8 Stück gehalten! Das ist eine gute Ausbeute, muss man sagen! Schon wieder, ey! Aber wie krass ist der, ey! Heftig! Ach so! Bin ich extra nicht hingegangen! Ja gut! Wir haben 2-1 gewonnen! Jawoll, ey! Den wir 1-2 hin gelegen haben, haben wir jetzt das Spiel noch gedreht! Ja! Und dann haben 2-1 gewonnen, gegen den Kalmar FF! Ja! Und damit verabschiede ich mich für heute! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag! Euer Somka von SomkaTV! Ciao mit V!